Russland und der Westen befinden sich in einem Krieg um Munition, glauben Experten. Wer zuerst keine mehr hat, verliert den Krieg. Nach Ansicht von Strategen steht Russland bereits jetzt vor einem ernsthaften Engpass. Wenn schon ein regionaler Konflikt eine Großmacht dazu zwingt, einen großen Teil ihrer konventionellen Munition zu verbrauchen, wie wird dann erst ein Konflikt zwischen Weltmächten aussehen? Eine Nation im Herzen Europas kennt die Antwort und ergreift drastische Maßnahmen, um sich für eine solche Situation zu rüsten. Das deutsche Militär schätzt, dass es Munition im Wert von 20 Milliarden Euro benötigt. Eine starke Waffenindustrie ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der deutschen Innen- und Außenpolitik. Neben dem britischen Unternehmen BAE Systems ist das deutsche Unternehmen Rheinmetall der größte Munitionslieferant in Europa. Im November kündigte das Unternehmen die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems an, wodurch die Produktion von Artilleriegranaten vervierfacht werden könnte. Ganz zu schweigen von Deutschlands Einfluss auf Spaniens Militär und Regierung. Im Dezember kündigte das Unternehmen den Bau einer neuen Munitionsproduktionsstätte in Deutschland an, die er puny Munition mittleren Kalibers herstellen soll. Eines der Ziele von Rheinmetall ist es, die Munitionsversorgung in Deutschland wieder prinzipiell unabhängig von ausländischen Fertigungsstätten aufzustellen, sagt ein Sprecher des Rüstungskonzerns der Deutschen Presseagentur. Der Krieg in der Ukraine gibt Regierungen in geschäftstüchtigen Industrien reichlich Ansporn, Milliarden von Geschossen zu produzieren. Wenn russische Firmen involviert wären, wären die Menschen besorgt, aber die Menschen haben mehr Vertrauen in Deutschland. Das deutsche Volk sind die modernen Nachfahren des alten Assyrien. Mehr darüber können Sie in unserer kostenlosen Broschüre Deutschland und das Heilige Römische Reich erfahren. Die Bibel zeigt ausdrücklich, dass die modernen Assyrer diese Granaten und Kugeln verwenden werden, genau wie sie es im Ersten und Zweiten Weltkrieg getan haben. Vor diesen Blutbädern galt Deutschland als eine moderne, hochentwickelte, führende und vertrauenswürdige Nation. In der Bibel heißt es im Buch Jona, dass einige der alten Assyrer den großen Charakter besaßen, gegenüber Gott tatsächlich zu bereuen. Sie sagt auch, dass es, wie alle anderen von Gott geschaffenen Nationen und Völker, eine strahlende Zukunft hat. Darüber können Sie in Jesaja 19, Verse 23 bis 25 schließen. Doch zuerst kommt die Finsternis. Die Deutschen haben heute mit ähnlichen Tendenzen zu kämpfen, wie ihre Großeltern zur Zeit Adolf Hitlers und ihre Vorfahren zur Zeit der syrischen Könige. Wie der anhaltende Krieg in ihrem Osten zeigt, haben sie viel zu befürchten. Doch wenn die Deutschen ihre Ängste ausleben, nutzen sie ihre technologische und industrielle Stärke, um ihre Aggression zu schüren. Dann wird Deutschlands Rücksicht auf Menschenleben, Städte, Nationen und Großmächte in einem Kugelhagel untergehen. Posaune Schreffer der Tür, Gerard Flury, schrieb dazu, Niemand will darüber reden, aber die deutsche Geschichte offenbart eine exklusive Tendenz. Wenn der richtige Führer an die Macht kommt, ist Vorsicht geboten. Wir müssen uns dieser Wahrheit stellen. Laut eurer Bibel ist Deutschland im Begriff, den Weltkrieg zu beginnen, den tödlichsten Krieg der Geschichte. Heute sehen wir, wie sich Deutschland auf einen solchen Krieg vorbereitet. Wir sehen, wie Deutschland Munition sammelt und Produktionsstellen für Munition erhöht. Diese Munitionsproduktion ist ein klares Zeichen dafür, dass sich Deutschland wieder für einen Krieg vorbereitet. Aber die Menschheit im Allgemeinen will davon nichts wissen. Nun, Deutschland ist keineswegs von der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Ersten Weltkriegs, des Asyrischen Reichs oder der biblischen Prophezeiung getrennt. Jesaja 10, Daniel 8 und auch in Baugen 17 bieten eine klare Perspektive auf Deutschland und seine Rolle im Weltgeschehen. In der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Deutschland ist eine begabte Nation. Aber die Nation neigt oft zu Krieg. Und heute sehen wir, wie sich Deutschland wieder für einen solchen Krieg vorbereitet. Um mehr über Deutschlands Geschichte und über die Prophezeiungen der Bibel zu erfahren, fordern Sie ein kostenloses Exemplar der Broschüre Deutschland und das Heilige Römische Reich an. Diese Broschüre und weitere Literatur finden Sie auf unserer Webseite dieposaune.de Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info at dieposaune.de schreiben. Mein Name ist Josué Michels. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.